Voraussetzung für einen Messebesuch auf der Instand ist natürlich das Ticket. Dieses können Sie ab sofort über unseren Ticketshop buchen. Eine weitere Voraussetzung ist in diesem Jahr natürlich auch die 3G-Regelung, genesen, geimpft und getestet. Bitte bringen Sie diesen 3G-Nachweis auch auf die Messe mit. Hier im Eingangsbereich, bevor es in unsere Messehalle geht, werden wir diese Nachweise entsprechend prüfen, um ein sicheres Messeerlebnis in Kombination mit unserem Hygienekonzept der Messe Stuttgart zu schaffen. Für die Instand Akademie, die Seminare und Workshops, die wir in diesem Jahr gemeinsam mit unseren Partnern, dem FIR, RWTH Aachen und dem Fraunhofer IPA durchführen, benötigen Sie ebenso diese Nachweise. Bitte bringen Sie diese auch entsprechend mit. Wir freuen uns, Sie im Oktober hier in der Messehalle bei uns begrüßen zu können. Und hier unten Tickets sichern. Bis bald!